Und den Dortmunder Treffer schauen wir uns hier noch einmal an. Ja, da sieht man es, das Training zahlt sich aus, Wolf. Das war eine richtig gute Ecke. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Guter Ball nach draußen. Tolle Flanke. Problemlos hat er hier den Ball. Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Da bringt er den Freistoß. Den Ball fängt er. Das war nicht der beste Freistoß. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Und Eckstoß für Manchester United. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Pogba. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Da kommt der Pass auf außen. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Reus. Ball bei Rooney. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Jetzt Marco Reus. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Da trennt er ihn fair vom Ball. Weigl. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Gonzalo Castro jetzt. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Schmelzer. Reus. Marco Reus gehört für mich persönlich offensiv zu den besten deutschen Spielern. Was meinst du, Buschi? Sehe ich genauso, Wolf. Umso mehr ist es schade, wie häufig der Nationalspieler verletzt ist. Und trotzdem kommt er immer wieder bärenstark zurück. Und nun Götze. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Und da verlieren sie den Ball. Martial. Sauber vom Ball getrennt hier. Wayne Rooney jetzt. Da geht er gut dazwischen. Dembélé. Und Aubameyang. Und der BVB auf den Weg nach vorne. Das ist jetzt seine Chance. Julian Weigl. Und Foulspiel gibt Pfiffen. Es gibt Freistoß gegen Borussia Dortmund. Und der BVB auf den Weg nach vorne. Und der BVB auf den Weg nach vorne. Rooney. Gute Aktion vom Torhüter. Jetzt gibt es Ecke für United. Mit dem Kopf. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Gefährliche Flanke. Flanke war nicht gut. Der Ball ist weg. Da trennt er ihn vom Ball. Den muss er sicher halten. Und da ist er auch zur Stelle. Weigl. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Und nun Castro. Jetzt vielleicht der BVB. Nicht gut von Reus. Der Ball kommt nicht an. Dembélé. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Da holt er den Ball zurück. Martial. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. Drei Minuten gibt es oben drauf. Jetzt müssen sie aufpassen. Marcus Rashford. Wenn du solche Chancen nicht nutzt, dann darfst du dich nicht wundern. Vor dem Tor viel zu ungefährlich. Und so wird es dann eben schwer. Gonzalo Castro jetzt. Man United mit dem Anstoß. Spiel läuft wieder. Fehler nie. Der Ball spielt er raus. Keine gute Flanke hier. Das lässt sich leicht klären. Dembélé. Aubameyang. Er macht das Spiel schnell. Da steht die Abwehr sicher. Der BVB jetzt am Ball. Gonzalo Castro jetzt. Das war einfach. Und er hat den Ball. Nun Rooney. Castro am Ball. Schmelzer. Götze. Und nun Götze. Götze. Seine Beidfüßigkeit und die enorme Variabilität sind mit die größten Stärken von Mario Götze. Felix Magath hat ihn mal Jahrhundert... Da kommt der Schuss. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ecke für Borussia Dortmund. Sokratis. Gut gemacht. Dem Ball hat der Torwart sicher. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren.